Das ist Frau Funke. Frau Funke versteht die Welt nicht mehr. Gerade aus der Elternzeit zurück ist nichts wie vorher. Bei wichtigen Meetings ist sie nicht dabei und viele ihrer Aufgaben hat ein Kollege übernommen. Frau Funke fühlt sich ausgeschlossen. Das Arbeitsklima wird immer schlechter und Frau Funke möchte die Firma am liebsten verlassen. Als ihr Vorgesetzter, Herr Clem, anders mitbekommt, sucht er das Gespräch mit ihr. Vergeblich. Seine Sekretärin weiß Rat. Ein Mediator muss her. Bei einem Nachbarschaftsstreit hat ein Mediator der Lenz-Gruppe verhindert, dass die Sache eskalierte und vor Gericht ausgetragen wurde. Herr Clemann hält das für eine gute Lösung. Strukturiert leitet der Mediator der Lenz-Gruppe die Gespräche ein und gibt immer wieder wichtige Impulse. Am Ende stellt sich heraus, dass die Kollegen überhaupt nicht im Sinn hatten, Frau Funke zu mobben. Ganz im Gegenteil. Sie wollten sie nach der Elternzeit erst einmal schonen und sie nicht gleich mit dem harten Arbeitsalter konfrontieren. Nach der Mediation hat sich die Lage schnell entspannt. Die Kollegen und Frau Funke können endlich wieder offen über alles reden und funktionieren wieder als Team miteinander. Sorgen auch Sie für Harmonie. Mit einer Mediation im Privat- oder Geschäftsbereich der Lenz-Gruppe. Wir beraten kostenfrei. 0800 88 3 mal die 3 2 mal die 1